Hallo und herzlich willkommen bei Radio Saarbrücken, der 99.6. Wir suchen neue Praktikanten. Weitere Infos hat jetzt Geschäftsführer Michael Haubrich für Vertrieb und Marketing. Ja, man hat vielfältigste Aufgaben hier bei uns bei Radio Saarbrücken im Vertrieb und im Marketing. Zum einen natürlich leben wir als privater Radiosender von Werbeumsätzen. Und Werbung ist ja doch eine spannende Branche. Und man kreiert hier gemeinsam mit den Vertrieblern von Radio Saarbrücken, mit den Marketing-Experten, kreiert man eigene Kampagnen, ob das das Werbegesicht ist, ob das der Radiostar ist und setzt sie auch eigenständig um. Außerdem ist man natürlich auch dafür zuständig, dass man unseren Sender nach außen trägt, dass man weiß, dass es Radio Saarbrücken gibt, dass wir gute Musik spielen, dass es beinhaltet unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Seite, unsere App, unseren YouTube-Account, alles Mögliche. Also es ist ein breit gefälschtiges, vielfältiges Gebiet hier bei uns im Marketing. Und wir freuen uns auf jeden Praktikanten hier. Und wir suchen auch Praktikanten für unsere Redaktion. Mehr dazu jetzt, Nina Kast. Also ihr führt Umfragen durch, geht auf Pressekonferenzen, schreibt Beiträge und dürft vielleicht auch mal das eine oder andere einsprechen. Und wenn ihr drei bis sechs Monate Zeit und Lust habt auf Radio, dann bewerbt euch unter der folgenden E-Mail. Ja.